Der Philosoph Omri Böhm, der in New York lehrt und kommende Woche bei den Wiener Festwochen sprechen wird, ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Danke für das Seelenzeichen. Herr Böhm, Sie haben ein Buch über die Utopie eines gemeinsamen Staates von Juden und Palästinensern geschrieben. Das war schon beim Erscheinen 2021 bestenfalls ein ferner Traum, aber ist es nicht seit den Ereignissen vom 7. Oktober, den Massakern der Hamas und dem Krieg seither undenkbar, dass in unserer beiden Lebenszeit diese beiden Völker friedlich koexistieren können? Not a utopian idea, in the sense that it is in fact the most realistic politics that we can still promote. I think it is more realistic than the idea of a two-state solution. And I think that it is more realistic than what a lot of people try to do, which is to pretend that we can continue ignoring the situation on the ground, that we can continue doing what we've been doing in the last decades. Aber warum ist eine Zwei-Staaten-Lösung Ihrer Meinung nach weniger realistisch? Die würde ja bedeuten, dass ein freies und unabhängiges Palästina und ein freies und unabhängiges Israel zumindest nebeneinander existieren könnten. Ihr Vorschlag würde ja ein gemeinsames Leben dieser beiden Völker bedeuten, die sich momentan abgrundtief hassen. Man kann es nicht anders nennen. Das ist richtig. Der Fakt ist, dass so viel hate nicht und sollte nicht geschehen können, dass es nicht geschehen ist. Ich denke, dass der Grund, warum eine zwei-state solution nicht realistisch ist, ist sehr oft overlooked. Der Grund ist nicht die Nummer der Settler, als viele Leute sagen. Sie denken, dass da so viele Settler in der Region sind, dass Israel nicht kann, dass Israel nicht evacuert. Es wird nicht eine zwei-state solution sein. Wir schauen, über 700,000 von ihnen. Der Grund ist eigentlich die Nummer der Palästinien. In der Territory, unter Israel's control, zwischen dem Jordan River und der Mediterranean Sea, currently live, ist eine Palästinien majority. About 53% der Bevölkerung ist Palästinien. Even die größte, die zwei-state-offer, gibt es diese Majority, über 22% der Territory. Und nicht vergessen, dass ein Teil der Territory in Gaza und ein Teil der Westen sind, dass sie nicht even related to one another sind, und das ist bevor wir ein Wort über die 700,000 Settlers living at the heart of the West Bank. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass jemand, der zwei-state-offer unterstützt, der zwei-state-offer ist, wie jemand, der den globalen Wärme ist. Die Leute, die einfach nur die Fälle, die die Fälle sind. Aber es ist etwas, das etwas sehr Fundamentalem widerspricht, und dass Israel glaubt nämlich an einen eigenen jüdischen Staat. Sie schreiben in Ihrem Buch sogar, ein jüdischer Staat könne keine liberale Demokratie sein. Aber zeigt Israel nicht genau das? Dort gibt es freie Wahlen, dort gibt es Gleichberechtigung. Es gibt sogar harte Kritik am Regierungschef und sehr laute und sehr große öffentliche Demonstrationen. All das zeichnet doch eine liberale Demokratie aus. In einer liberalen Demokratie, wir können nicht die Idee, dass einige Menschen werden second-class citizens sein. Say, ich bin ein Germaner Bürger, ich bin ein Jewisher, aber ich bin ein Germaner Bürger, als ich ein Israelier Bürger, und ich glaube, dass ich, obwohl ich ein Jewisher bin, kann ich den Germanen Menschen sein, in virtue der faktor, dass ich ein Germaner Bürger haben. In einem jüdischen Staat, in einem jüdischen Staat, in einem jüdischen Staat, in einem jüdischen Staat, die die sovereignty der jüdischen Leute, die jüdischen Leute, die jüdischen Leute nicht belong. Think about Lincoln's famous statement in Gettysburg, »Demokratie ist ein jüdischer Staat, von der jüdischen Leute, für die Leute.« Die Frage ist, wer die Leute? Are they the group of citizens as such? Oder are they just the Jewish people? The proposition that I'm trying to promote is to by all means secure the Jews' right of self-determination, something that I deeply believe in, but a state that would belong to all citizens as such. Aber gibt es so etwas wie Bürger zweiter Klasse in Israel? Araber können in Israel frei leben, können wählen, können sogar Höchstrichter werden in Israel. Also ist es tatsächlich so, dass es in Israel Bürger zweiter Klasse gibt? I think that you're right, that it is complicated. There is a certain spectrum. Israel has done over the years a lot in order to try to respect the equality of all citizens. Contrary to what you say, I think that the free elections and the free votes of non-Jews in Israel are in a different situation than the way you describe. For example, because in Israel, according to law, if you support the idea that Israel should belong to all citizens as such, you're not allowed to run to the parliament. Think about that for a moment. Let's say that in Austria, which I think belongs to all its citizens as such, That's not something that I think you would contradict. I think that only racists would like to contradict that Austria belongs to all Austrian citizens as such. If someone would be excluded from elections, that would maybe be because they contradict that principle. In Israel, they would be excluded from elections if they support that principle. And I think that that, in fact, limits the election rights of non-Jews, who may well want to vote to parties that support the idea that the state should belong to all citizens. By the way, there was another thing that you asked, and I think is extremely important. Well, it is absolutely true and important that Palestinian Israelis vote to the Knesset. That's an important fact. It is, of course, the fact that Palestinians who live in the West Bank do not vote for the Knesset, even though Israel has been controlling this territory for 15 years. Like in their eigenen palestinenser Selbstverwaltung. The sovereign in that territory is the Israeli state. They do not vote for their sovereign government. There is no Palestinian state. And that makes a big difference. The settlers who live, the 700 settlers who live in the West Bank, of course, vote to the Israeli parliament. They are subjected to the laws that this parliament legislates. They are trialed in Israeli courts, according to civil law, if they break Israeli law. Of course, the Palestinians who live on the very same territory. Do not vote to the parliament, are subjected to military law and are trialed in military courts, if they break this law. Aber das hat ja den Grund darin, dass diese Gebiete zurzeit von Israel besetzt werden. Das bestreitet ja auch niemand. Sie führen aber einen Begriff, der sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich jenen der Apartheid in der Debatte. Ist das nicht wahnsinnig geschichtsvergessendes Regime? In Südafrika hat Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, hat unvorstellbare Dinge an Menschen begangen, nur deshalb, weil sie schwarz sind. All das gibt es in Israel ja nicht. Two things about this. First, I think that the Israeli government and in fact the Israeli courts do question that the territory is occupied. In fact, the whole Israeli doctrine of holding these territories, the fact that we build settlements on those territories, depends on denying that the territory is occupied because it is a war crime. Also, according to the Israeli Supreme Court that's committed to the Geneva Convention, it is a war crime to put civilian population, Israeli civilian population, on occupied territory. That's the reason why, in fact, also according to the courts, it is questionable whether the territory is occupied. Now to the Apartheid question. I think that the Apartheid question is extremely complex. I think that we, in fact, should not fetishise, not the word Apartheid, also not the turning against it. Insofar as a comparison to South Africa is concerned, I actually think that you're right. I think that comparing the Israeli regime to the South African case is wrong. I think that to the extent that the Apartheid talk and the Apartheid lingo does it, it should be criticised. And I think we should be clear about this. But we also have legal definitions of what constitutes Apartheid. And according to the legal definitions... Nicht eine, auf die sich alle Völkerrechte einigen. Es gibt unterschiedliche UN-Verträge, die alle unterschiedliche Definitionen von Apartheid haben. Nicht jede passt auf das, was in Israel und in Palästina passiert. Und führt das nicht dazu, dass eine ohnehin schon sehr komplexe Situation mit Begriffen aufgeladen wird, die die Situation nur weiter eskalieren lässt, nur weiter einen Keil zwischen diese beiden Gruppen treibt. Etwas, das Sie ja eigentlich vorgeben, verhindern zu wollen. The fact that there are differences of definitions of the legal meaning of Apartheid should not divert the attention from the question of what are the minimal conditions of Apartheid. I suggest that we just do not argue about the term. I suggest that you find the term for a state of affairs in which you have a certain territory that's under Israeli control for more than half a century now, that the Israeli government claims, in fact, in its coalition agreements as its own, where Israeli citizens, Israeli Supreme Court judges, Israeli top generals, including, if I'm not mistaken, the chief of staff himself, if I'm not mistaken, live on this territory. They send their kids there to public schools. They pay taxes. They enjoy social security. But officially it wasn't annexed. They vote to elections. Unso weiter, unso fort. Aber über all das kann man ja diskutieren. Aber zum Beispiel in den Palästinenser-Gebieten steht es auch unter Strafe, Grundstücke an Juden zu verkaufen oder zu vermieten. Ein solches Verbot gibt es in Israel nicht. Also man könnte das Ganze auch umdrehen. Führt eine Debatte über eine Apartheid überhaupt zu irgendetwas? Gerade wenn Sie sagen, Sie wollen die Verständigung zwischen den Juden und den Palästinensern in dieser sehr aufgeladenen Situation wieder auf Augenhöhe bringen, ist das doch etwas, das völlig davon wegführt. Ich bin nicht so sicher, dass Sie richtig sind. Und, again, ich sage, dass ich denke, das Konzept von Apartheid muss sich problematisiert, nicht fetischisiert. So, ich erkläre, in welchen sensen, ich denke, das term applies. Und ich habe auch sicher, dass ich in welchen sensen, es nicht apply. Ich denke, dass Sie richtig sind, dass es einige Konzepte, zum Beispiel, Genocide, sind nicht notwendig, in order zu ermöglichen, um die Verständigung zwischen Jews und Palästinien. Aber ich möchte Sie auch wissen, dass einige Konzepte sind wichtig. Sie müssen nicht fettischisch sein, aber sie sind wichtig, weil sie eine legalische Konnotation haben. Wenn wir gegen die Israelin Beziehung wollen, aber wir haben versucht, das zu tun, mit internationalem Verständnis zu tun, Sie sagten, dass die Leute das Territory ist, und es war für das Grund, wichtig für mich zu erzählen, dass die Leute nicht über das. Die Israelin Beziehung nicht über das. Es tut die Territory nicht according zu den Lawen, die es in einem Territory ist occupied. Und die internationalen Community hat nichts getan, um es zu preventen. Das ist wie wir in der Situation haben, in der wir 700 Settlers haben auf dem Territory haben. Die Frage ist, was die Terme sollte apply, in order zu try, zu enforce internationalen Lawen auf dem Territory? Auf der einen Seite, wir sagen, es ist occupied, wenn wir wollen, die Apartheid-Apartheid-Apartheid-Apartheid-Apartheid-Apartheid-Apartheid-Apartheid-Apartheid, wir sagen, das Territory ist nicht occupied, wenn wir dort Settlementen bauen wollen und nicht Israelin beantworten, zu verabschieden von internationalen Lawen. Ich würde sagen, wenn wir sagen, dass das Territory ist occupied, und dass das nicht die Israelische Sovereinheit ist, dass wir solche Maßnahmen beantworten, um Israelin beantworten, zu den, bei dem jetzt, immense Kriegen in diesem Territory in diesem Territory unter den Lawen der Occupation. Wir haben das nicht getan. Wir hatten uns auch noch nie Zeit, wenn das die Israelitische Kulturgemeinde kritisiert den Schaf, den Sponsor der Wiener Festwochen, und sie hat sich zurückgezogen. Die Kritik richtet sich vor allem gegen den Ort ihrer Rede, den Judenplatz, also den Ort, an dem der Schoah in Wien gedacht wird. Sie kritisieren in Ihrem Buch den Zitat Holocaust-Messianismus und quasi sakralisierte Holocaust-Gedenken. Ist der Judenplatz aus Ihrer Sicht der richtige Ort für Ihre Rede? Der Judenplatz aus Ihrer Sicht der Judenplatz aus Ihrer Sicht der Judenplatz-Gedenken. The idea of human dignity, which will be, as you will see on Tuesday, at the centre of the talk, the idea that there is anything illegitimate about this, in fact, does an injustice precisely to that, to the place. And the place, in the end, is not the main thing, as any Jew should tell you. We Jews, we have a tradition to oppose idolatry. The place is not the main thing. The main thing is what the place should symbolise. What it should stand for. It should stand for respecting history, memory of the Holocaust and the significance of defending human beings because of the idea of human dignity. That can be controversial to some. I accept that. But to pretend that there is anything illegitimate about this, I think, is to do damage to this history. And this is why I think it is the right place. Ariel Musikanter, Interimspräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, sagt sogar gestern, wäre er 30 Jahre jünger, würde er zu ihrer Rede gehen und Eier werfen. Die Kritik lässt sich halt? Too bad. I should come first. It's too bad because I hear there an invitation to maybe people who are younger than he is. He should not speak about disrespecting the place if this is the way he speaks about throwing eggs on Judenplatz. Whoever proposes this shows his form of respecting the place that is not mine. Let me stop there. Herr Böhm, vielen Dank für den Besuch im Studio. Thanks very much. Thanks very much.